so weiter geht's wir stellen uns jetzt hier drin und jetzt sind wir in der welt nummer vier wissen ob die welt heißt wie auch immer super lieber nicht lieber nicht das ego shooter zeug wie sagt dann liegt da ob hinter mir kommt das ist ja fies wenn die von allen seiten kommen war mir die bummer gibt mir die bummer ich will jetzt besser da fliegen dann immer so körperteile das sieht das ist gut und wir sind hier schöner ruf ballern und er musste jetzt musste jetzt einsetzen ich habe nur eins ach die herausforderung herausforderungsrunde kommt immer wenn ich eben mal in der welt hier komplett geschafft habe war cool ein krieg dahin oder musik der einsatz des scheiß drauf hat jetzt geschafft oder die kino fort und jetzt kommen wir jetzt kommen wir alle verdammt und ich setze ich mich einmal komm ich hier ganz schön in die bräuchte wegbraten boah wie geht das ja nicht hier ab jetzt und was ist das hier ich dachte dann sind stangen über den kopf die als goldene munitionen und ist dann für ein schädel da entgegen ja das ist gut glücklich das gründlich auch jetzt ist hier gottseller jetzt kommt da je weg je weg von mir seid ihr ach kann ich den jahren besiegen so heute richtig sehen nur noch zwei leben eine wird eng wird eng das ist bitte mine und so einen minen ding ach nee das verlangsamt die das ist gut ach das gefällt mir youtube ist praktisch aber ich muss es trotzdem einsetzen hier kann mir jetzt nicht erlauben dass ich hier irgendwelche fehler mache ich hoffe ein paar leben mal hier wieder und was sind bitte actionfigur dieses waren leben ah das war ein leben sehr gut ohohohohohohohooh dann ist das nicht da lang das war da hier schön alle weg nein ich sehe damit läuft ich wollte zu den blauen dingen was ist da komme ich nicht auch habe ich ein glück habe ich ein glückte war jetzt auch mein letztes mein letzter power up oder wie auch immer nicht sich nennt jede bomben kein sprint mehr zeigt die karte wenn jetzt immer zu mir kommt dann bin ich schneller marsch hier so bis runde 14 habe ich das jetzt geschafft hoffe dass ich mir immer irgendein bonus raum sichern kann ja super schade ich meine die fälte jetzt gewesen da kommen sie schon jemand verdammt was ist jetzt habe ich den kopf eingesammelt und da ist kein leben der gegangen oder wie damit sein kann es denn möglich sein die schützt jetzt es steht also das hier noch eine waffe eine andere ja 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 die zieht die scheppert richtig gut alle weg hier und oster eiler und hühnchen halt auch schon wieder hinterher rennt wo ist mein geschützt da steht ja so mein hühnchen ist nur aktiv und die zieler und kopf hat er denn zu bedeuten so wirklich richtig grad nicht durch wo lebt denn die lautet das leben denn nicht da ist unordentlich denn jetzt die griechen jetzt kriegen wir so jetzt gibt es da noch und da noch einer haben wir geschafft und die viel auch noch ein wienchen schade bis weg so jetzt gibt mir mal ein bonus raum noch mal das wäre echt super und nee ist nicht nämlich eben nicht egoshooter jetzt noch mal da kackig ab sage ich euch das ist glaube ich nicht das ist nicht von vorteil wobei hier nicht mit vorteile ist jetzt bin ich da praktisch gesehen aus versehen rinne rand ach jetzt liegen sie auch schon ach siehst du das ist das problem gewesen das war schon wieder dieses elektro link hier jahr wird ist denn hier los die geht ab da jetzt nimmt der kein ende hier mensch ich habe ich nicht mehr das ist heftig zieht euch mal rein was hierfür maßen kommen hähnchen wieder geholt war dieser box am schul auch doch so jetzt haben wir hier sind wir leider gleich auf dem ding ist und irgendwie die gruppe glitsch wie auch immer was ist denn los hier gesagt es ist jetzt schon ganz schön das wird ein bisschen schneller das natürlich aber ich glaube nimmt hier langsam ein ende an also so langsam hört jetzt wird schon richtig schwer weil ich komme nur so eine schattenfiguren arbeit ab 22 neben ihr habt und ich hab dann zwar diesen kopf jetzt gekriegt aber passierte nicht irgendwie wo ist das bock schwer bei jungen bei was ist denn jetzt hier so langsame dinge sind halten bis die zeit die gut man kann ein aber ich muss auch mal von hier so ein bisschen hat ein bräuchte ganz ehrlich ich mal so eine so eine granate noch mal das bad oder lachen immer bin ich noch immer bin ich noch jetzt geht alles zusammen hier und in die durch vielleicht kann ich noch mal kommen so jetzt habe ich schon wieder den kopf eingesammelt das war's leute das war's aber das hat spaß gemacht bis runde 17 oder watt watt ich gemacht habe ich bin reich ich bin reich ich bin reich ja leute danke fürs zuschauen das war dead ops 2 und ja guck mal wird es bestimmt noch mal irgendwann eine runde heben weil der bock der bock also macht's gut leute